Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo ihr da draußen. Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag oder sonst was. Hier sind der Sam. Hallöschön. Und der Sven. Hallo. Wir haben ein Michael J. Fox Special in Planung geplant, ausgeführt und wollen euch heute mit drei seiner Filmen, einer kleinen Vita und kleinen Intros vor den Filmen beglücken. Gut, kommen wir erstmal zur Biografie. Die handeln wir wie immer im Schnelldurchgang ab. Sam, willst du ein bisschen anfangen oder soll ich rumgehen? Wir können das ja zusammen machen. Also ich kann mal anfangen. Und zwar wurde Michael J. Fox, wie er jetzt, also das ist ja sein Künstlername, normalerweise heißt er Michael A. Aber wofür das A steht, weiß ich jetzt. Andrew. Andrew? Okay. Wurde in Edmonton geboren am 9. Juni 1961. Das liegt in Alberta. Ist ein kanadisch-US-amerikanischer Schauspieler, wie wir wissen, und auch Filmproduzent. Und wurde in den 80er Jahren unter anderem in den Filmrollen von Marty McFly bekannt. Klar. Hast du noch eine? Ja, also ich hatte, dass er 79, er war bei die Green Card, weil er die gebraucht hat, um in Amerika als Schauspieler aktiv zu werden. Ist dann nach Beverly Hills gezogen. Richtige Namen hast du ja schon gesagt. Und hat sich am Anfang so als Gastdarsteller in Serien und Filmen durchgeschlagen. Zum Beispiel unter anderem in Klasse von 1984. Der Durchbruch kam dann mit Familienbande. Und der Aufstieg zum 80er Olymp kam dann 85 mit Zurück in die Zukunft. Richtig. Wobei er ja auch bei die Klasse von 1984 mitgespielt hatte. Das war mir aber so vorher nicht bewusst. Das ist mir jetzt nur, als wir so ein bisschen die Fakten rausgesucht haben, erst aufgefallen, dass er da wohl auch mitgespielt hat. Also als ich das letzte Mal, das ist aber auch schon ewig hergesehen habe, habe ich noch geguckt und dachte, hey, tatsächlich, da ist er. Ich meine, er macht es ja auch nicht lang. Aber er hat mitgespielt. Das ist wahr. So, dann müssen wir natürlich seine Krankheit noch ansprechen. Und zwar ist er an Parkinson erkrankt. Und zwar im Jahr 1991 sind so die ersten Symptome, glaube ich, oder schon weitergeschrittene Symptome aufgefallen. Und ab dem Zeitpunkt hat er sich dann ein bisschen oder ein bisschen stark zurückgezogen. Was ja auch klar ist, mit so einer Krankheit. Ich meine, er hat teilweise dann später auch in Serien nochmal mitgespielt gehabt, wo er diese Parkinson-Krankheit ziemlich gut überspielen konnte. Hm, ja. Also ich habe noch 96, hat er dann ein Comeback gehabt mit Chaos City, die ich auch sehr gerne geguckt habe. Ja, das war ja die Serie zum Beispiel, die ich meinte. Ah, okay, gut. Er hat das ja so ein bisschen überspielt. Ja, ja. Und 2000 hat er dann die Karriere beendet aufgrund Parkinson. Er hat ja dann auch 2000 die Parkinson-Forschungsstiftung gegründet und hat sich mit Synchronisation für Stuart Little und so Sachen halt sein Gehalt verdient. Und an Kreisen hätte ich noch dreimal Golden Globe und zweimal sogar Ehrendoktor würden, weil er sich ja halt auch für die Parkinson-Erkrankung halt so eingesetzt hat. Er hat auch Bücher geschrieben. Und ja, gibt sich da sozusagen der Riss, dass es den Leuten besser geht. Und ihm natürlich auch. Macht ja aber auch Sinn, wenn man selber sowas hat. Will man natürlich auch dafür kämpfen, dass das bekämpft wird, beziehungsweise dass man da, sagen wir mal, Medikamente oder so entwickelt. Ja, die haben, also es ist, er hat Stammzellen, ich glaube Stammzellenforschung und auch irgendwas mit Fötusforschung, also Sachen, die bei uns nicht gehen würden. Das hat er ja versucht, in Amerika auch vom Kongress das voranzutreiben, um zu sagen, Leute, da könnte man vielleicht was machen. Aber sie haben ihm damals schon nicht so wirklich zugestimmt, so was ich gelesen habe. Das kam dann erst später. Aber gut. Was man auch noch sagen muss, ist, dass er natürlich nicht ganz aus der Welt, aus der Filmwelt dann entschwunden ist. Man hat ihn natürlich ein paar, ich sag mal, Nebenrollen, also nee, Nebenrollen kann man es nicht sagen, sagen wir es eher Cameo-Auftritte, wo er mal kurz zu sehen war oder mal einen Satz gesagt hatte oder auch mal einen Sketch bei Jimmy Kimmel oder so da war. Zuletzt hatte ich ihn zum Beispiel bei einer Gala gesehen, einer Filmgala, wo sie dann mit dem DeLorean reingefahren kam und er und Christopher Lloyd dann, weiß ich, zehn Minuten Sketch aufgeführt haben und irgendeinen Film präsentiert haben. So Sachen macht er schon weiterhin mit seiner alten Rolle, Marty McFly halt spielen. Genau. Aber es hat sie halt filmisch gesehen stark zurückgezogen, was ja auch, wie gesagt, seine Krankheit leider bedingt ist. Richtig. Gut, das würde ich sagen zu Vita, bevor wir jetzt direkt in Depressionen verfallen, gehen wir zur lustigen Etappe über unsere Specials. Ach so, was ich noch sagen wollte kurz, weil du ja letztes Mal Synchronsprecher angesprochen hattest bei Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, stimmt. Fox wird ja meistens in den bekanntesten Filmen und Serien von Sven Hasper synchronisiert. Er hat aber auch gelegentlich die Stimme von Frank Schaff, Frank Leonard oder Stefan Kempwirth, welche jetzt da die beste ist. Ich meine, ich fand die aus Zurück in die Zukunft passt eigentlich am besten zu ihm. Das ist auch die Hauptstimme, ne? Ja, die ich vorzog. Genau. Richtig. So, nur das zum Thema Synchronsprecher. Ne, das ist wichtig. So, dann komme ich mal zum Intro für den ersten Kracher. Und zwar, es war einmal ein Schwäbelein. Das saß zu Hause, ganz allein. Ein Wölfchen wollte es gerne sein. Doch die Härchen waren zu klein. Da legte es die Beach Boys rein. Zu Surf in USA machte es sich fein. Mit Ray-Ban und einer Dose Bier fühlt es sich wie ein wildes Tier. Und wir beginnen mit Team Wölf. Team Wölf. Jawohl. Team Wölf. Team Wölf aus dem Jahre 1985. 90 Minuten geht das gute Teil. Er hat eine FSK ab 6. Und der Regisseur ist Rod Daniel. Mitspielen tut natürlich Michael J. Fox. Hast du noch was zu den anderen? Irgendwie, ich habe mir da nichts Großartiges mehr rausgeschrieben. Naja, es gibt natürlich den Onkel, der Onkel Howard, der James Hampton. Den sieht man auch öfters in anderen Filmen zu der Zeit. Ist aber jetzt nicht so, glaube ich, der große Schauspieler. Also, wie gesagt, ich kenne den immer nur aus so Cameo-Auftritten oder Nebenrollen. Unter anderem spielt er auch bei Team Wolf 2 mit. Als Onkel Howard, noch nicht Papa Howard. Dann auch der Ticker, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ist ja auch egal. Der spielt auch bei Team Wolf 2 mit. Da ist er auch ein Klassenkamerad von dem Team Wolf. Aber wir sprechen ja nicht über den zweiten Teil, sondern eigentlich über den ersten Teil. Genau. Dann erzähl mal, um was geht es denn eigentlich in Team Wolf? Genau. Und zwar geht es hier im Grunde genommen um den sitzenjährigen Scott Howard, natürlich gespielt von Michael J. Fox, der ein, sage ich mal, durchschnittlicher Schüler und Sportler ist. Er ist jetzt nicht so der Nerd, wo getriezt wird, ist aber auch nicht zu der A-Class von Sportlern. Ist so, wie schon gesagt, Durchschnittsschüler, Person. Eines Tages jedoch ändern, man könnte jetzt sagen, das ist so coming of age, ja, der Körper verändert sich und es wachsen einem Haare, wo eigentlich keine Haare wachsen und so. Doch bei ihm ist es so ein bisschen anders, bei ihm wachsen nicht nur Haare in den aerogenen Zonen, sondern ihm wachsen die Haare am ganzen Körper, seine Ohren verändern sich und auch seine Fingernägel werden spitz und groß. Doch passiert das nicht alles auf einmal, sondern immer in Situationen, wo man es eigentlich nicht haben möchte, bekommt er dann auf einmal spitze Ohren oder spitze Zähne. Und das verwirrt ihn natürlich, gerade weil er in diesem Alter ist, wo das alles neu praktisch ist. Irgendwann erfährt er dann natürlich, dass sein Vater auch diese Gene, beziehungsweise dass sein Vater diese Gene an seinen Sohn weitergegeben hat, denn sie beide sind Werwölfe. Und in einem Basketballspiel verwandelt er sich dann, weil er wütend ist oder weil er gerade von mehreren Menschen praktisch eingekesselt wird, aus Wut zum vollkommenen Werwolf. Und in dem Moment ist er Teen Wolf geboren, weil als Teen Wolf hat er nämlich spezielle Kräfte, kann besser springen, besser rennen, ist schlauer, ist stärker und wird hiermit oder wird in dem Moment halt dann zum Schulfan. Nicht Schulfan, sondern Schulmaskottchen, Schulstar. Genau. Und das ist eigentlich so die Grundgeschichte von dem Film. Natürlich hat er nicht nur Begeisterte, sondern es gibt auch Leute, die seine Verwandlung misstrauisch sehen oder sie merken, dass er sich nicht nur so verändert, dass er jetzt der Star ist, sondern sie merken halt auch, dass er eine krasse Wandlung macht zum Gegenteil, was er eigentlich nicht sein wollte. Gut, was ist es für dich eher? Ist es für dich eher Coming of Age? Ist es für dich eher eine Komödie? Ist es für dich eher ein Sportfilm? Also, es ist lustig, weil ich finde, das ist im Prinzip alles drei in einem. Und hier passt, finde ich, diese Fusion von diesen drei Arten von Filmen eigentlich ganz gut, weil es ein Coming of Age, der gleichzeitig Sport macht und gleichzeitig halt ein Schulfilm ist. Also, ich finde, diese Fusion von diesen drei Genren eigentlich ganz gut zusammen. Wirkt einfach, ja. Ja? Ja, ich finde, die wirkt einfach gut durch diese, ich meine, vielleicht hätte man, naja, dann würde der Titel Teen Wolf keinen Sinn machen, aber ich meine, man hätte das Coming of Age Sportfilm auch machen können, aber der Film heißt nun mal Teen Wolf, also muss ja auch irgendwo dieses Werewolf-Setting rein. Ja, wobei ich ihn unter diesem Coming of Age Aspekt erst, als ich ihn jetzt mal wieder gesehen habe, betrachtet habe. Und vorher war es für mich einfach nur eine Teen-Komödie. Natürlich hast du dann halt hier, ach Gott, kriegt das erste Mal Alk und erst die erste große Liebe und Mr. Nobody wird zu jemandem. Aber dieses Coming of Age kam erst später, also kam erst relativ später, die ganze Zeit immer als Komödie und ach Gott, ja, weil es halt auch so diesen Feel-Good-Charakter hat, dieses unbeschwerte 85er, also man merkt, die 80er sind überall präsent, ob es an Klamotten, also es ist halt komplett, klar ist ja auch in der Zeit gedreht, aber da kommt halt auch noch diese Unbeschwertheit dazu. Und ah, das ist ein Film, der mir auch immer wieder Spaß macht. Und das habe ich auch da tatsächlich das erste Mal wirklich aufgenommen. Und zwar dieser Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, hat nicht Spider-Man gebracht, sondern Teen Wolf. Teen Wolf, ja genau. Ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich ihn hier vor ein paar Tagen geschaut hatte. Ich hatte ihn natürlich nochmal gerewatcht, weil es halt schon ein paar Tage her ist, als ich den das letzte Mal gesehen hatte. Und da ist mir dieser Satz auch aufgefallen. Und ich so, äh, ich dachte immer, das wäre ein Satz aus Spider-Man, aber nein. Teen Wolf hat ihn als erstes gebracht. Richtig. War ja aber auch berechtigt in dem Film, weil man ja auf einmal Kräfte hat oder Kräfte, oder hier unser Scott Howard dann auf einmal diese Kräfte hat und auch Stärke und alles ist. Und der Vater halt ihn dann ermahnt mit diesem Satz. Also bringt das schon Sinn. Das stimmt. Ist dir was beim Haus aufgefallen? Beim Haus? Mhm. Von, also Scotts Haus. Ja, ja. Nee. Hätte ich, oh, verdammt. Nee. Nee. Was hätte mir auffallen sollen? Es ist das selbe Haus wie Zurück in die Zukunft. Echt jetzt? Es ist im selben, also sie haben im selben Block getreten. Genau im selben Block wie das Haus in den 50ern bei Zurück in die Zukunft. Ach krass. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Und ich bin so ein Zurück in die Zukunft Fan ohne Ende und das ist mir nicht aufgefallen. Krass. Ich habe nämlich auch, als ich es gelesen habe, dachte ich, nett, ernsthaft. Und habe mir dann die Szene nochmal angeguckt und denke, ah ja, klar, das ist eins zu eins. Also die haben da überhaupt nichts dran gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist genauso, wie es immer wieder diese selbe Highschool-Schließfächer-Szene gibt. Wenn du halt, wenn du aus einer gewissen Epoche auch von Karate Kid und so weiter und so fort hier so diese 80er, 90er Epoche Highschool-Filme anguckst, ist immer dieselbe Schule, es ist immer das selbe Schließfach. Das fand ich wirklich sehr, sehr witzig. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er natürlich vier Stunden Maske hinter sich hatte, bis er komplett zum Teamwolf wurde und durfte ja nur über Strohhalm hier seine Milchshakes zu sich nehmen. Sonst, was ist deine Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene? Oh, da musste ich kurz nachdenken, weil ich eigentlich den Film an sich sehr mag, aber eine Lieblingsszene? Oder Lieblingsmomente, kannst du auch mehrere nehmen. Lieblingsmomente. Ich würde schon fast sagen, dass das Endspiel, dieses Basketballspiel, wo er als Scott und nicht als Wolf kommt und praktisch das Spiel als Gemeinschaft von dieser Basketballmannschaft gewinnt, die fand ich richtig gut. Also sozusagen dieser Dreier, wie sagt man, Freistoß? Ne, Freistoß sagt man beim Fußball, wie sagt man beim Basketball? Ja, diesen Dreier, diesen Freivurf, genau. Diese Inszenierung fand ich nicht schlecht. Man hört ja sein Knurren, weil er ja sauer ist auf den Typ, aber er bleibt cool und bleibt Scott und nicht der Wolf und versenkt dann und gewinnt dadurch das Spiel. Doch, das fand ich richtig stark. Oder auch das Surfen auf dem Bus, die war nicht schlecht, weil er die ganze Zeit sein Kumpel, der Stiles, ja diese Variante oder diese, ich sag mal, immer das gemacht hatte, also für sich. Und in dem Moment, wo er Wolf gesagt hat, nee, nee, du nicht, heute bin ich dran. Und dann hier seine Flickflacks und so auf dem Bus macht, während das Lied von den, wie heißt sie? Beach Boys. Beach Boys, genau, von den Beach Boys, die er läuft, die fand ich auch cool. Die hat mir auch Spaß gemacht. Ja, ich muss auch sagen, also die Wolf-Mobil-Nummer finde ich ziemlich cool und ich finde die Szene cool, wenn er Bier kaufen geht. Geben Sie mir ein Fassbier. Und der Typ, das ist was, das hat sich bei mir auch ewig irgendwie festgehangen. Und später dann im Bus, wo sein Kumpel fragt, wie hast du denn das Bier jetzt bekommen? Ja, ich habe ihn einfach ganz nett gefragt. Ja, ja, richtig. Also es ist ein schöner, der auch immer noch, also für mich heute immer noch funktioniert, das ist ein richtig schöner Feelgood-Movie. Der hat einen, der hat, da passt alles, da ist der Aufbau super, es gibt eine kleine Einführung, jeder kennt irgendwie oder hat im Bekanntenkreis vielleicht auch so einen eigenen Styles, der einen zu irgendwelchen verrückten Ideen verleitet oder sagt, das wäre ziemlich geil. Der dann ja auch vermarktet letztendlich, ne? Ja, ja. Mit T-Shirts und Mützen als Verkauf. Ja, genau. Aber. Ne, da gebe ich dir vollkommen recht. Das liegt aber auch daran, das hatten wir schon mal bei irgendeinem anderen Cast, dass wenn Special Effects handgemacht sind, so wie Maske und so oder einfach Effekte an sich, dass die besser altern als irgendwelche computeranimierte Effekte aus den 90ern. Also wenn ich mir heutzutage hier Spawn zum Beispiel angucke, Gottes Willen, das geht gar nicht. Ja. Also von den Computer-Effekten her und da sind so handgemachte Effekte, die altern halt nicht schlecht. Ja. Ja, das ist wahr. Sonst, der Soundtrack fand ich, landet bei mir auch immer wieder mal auf meiner Playlist oder im Player. Ich habe sogar noch einen Soundtrack auf CD. Gott sei Dank, weil ich da ein paar Sachen einfach richtig gut finde und auch so, ja, feel good und ein bisschen, auch ein bisschen Power, also so Aufputschmusik ist, gerade so hier dieses Windy End am Schluss. Das gefällt mir einfach immer noch sehr, sehr gut. Man muss halt dazu sagen, 80er-Musik ist halt immer noch genial. Ich kann es nicht anders sagen, auch 90er teilweise auch, aber 80er, ich höre mir 80er-Musik heutzutage auch immer noch an. Und in den 80er war ich jetzt Kleinkind, sage ich mal. Ich bin ja 82 geboren. Die 80er waren rum, da war ich acht. Also ich habe da nicht so wirklich viel mitbekommen von Charts und so. Aber heutzutage höre ich mir trotzdem gern noch 80er-Musik an. Ja, das geht mir auch so. Und das kommt bei dem Film halt unheimlich gut rüber. Es sind so viele alte Lieder, wo du dann denkst, oh ja, das Lied war mega. Auch hier bei der, wo sie auf diesem Ball sind, auf diesem Schulball, wo sie alle diesen Wolf-Tanz machen. Das Lied, das ging mir auch gleich wieder rein, da habe ich gedacht, oh cool. Ja, das ist auch wirklich was, was mir wirklich unheimlich, unheimlich Spaß macht. Und der Film hinterlässt einfach ein schönes und gutes und sauberes Gefühl. Da braucht man sich nicht auf irgendwelche Sachen groß zu spezialisieren, sondern das ist einfach so ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Richtig. So. Ja, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite aus zu Teen Wolf. Oder hast du noch irgendwas? Nein, ich kann jeden, der den Film noch nicht gesehen hatte, der vielleicht nicht in dem Alter war oder das wirklich verpasst hat, aus welchen Gründen auch immer, kann ich den nur ans Herz legen. Also schaut euch den an. Er macht unheimlich viel Spaß. Er geht nur 90 Minuten, der ist kurzweilig und ist ab sechs. Von daher braucht er auch keine Angst haben, dass irgendwelche Jumpscares oder sowas kommen. Er hat der Film nicht. Er macht einfach nur Spaß. Das ist ein Gute-Laune-Film mit einer Message und ja. Genau. Dann komme ich zum nächsten Intro. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Oh, Bewertung, um Gottes Willen. Genau. Ich wollte jetzt gerade schon so durchrauschen hier. Okay. Kurze Bewertung noch. Also ich bin der Meinung, wir hatten ja eigentlich schon alles gesagt, was es dem Film ausmacht. Und was wollen wir denn geben? Wolfszähne? Oder Spitzohren? Ja, komm, nimm mal Spitzohren. Machen wir Spitzohren. Genau. Also wie gesagt, wir hatten dem Film ja schon alles gesagt, was der gut macht und so. Und ich bin da tatsächlich bei nostalgischen 4,5. 4,5. Mache ich 4,5? Ja, komm, ich mache 4,5 Spitzohren. Ich bin bei 4. Ja, ich habe auch sehr geschwankt zwischen 4 und 5 sogar. Aber es gab ein paar, nein, eigentlich stört mich nichts, aber es ist, ja, es ist, ich weiß halt nicht, ob einfach nur dieser große Nostalgie-Bonus da viel, viel, viel zu viel mitspielt. Also nicht viel zu viel, weil das alles, nein, ich gebe 4 Punkte. 4 Punkte, bei 4 Punkten bleibe ich, bei 4 Spitzenohren. Ja. Okay, so, jetzt darfst du zum nächsten Mal kommen. Oh, danke. Okay. Etwas, äh, etwas holprisch heute. Gut, okay, dann komme ich mal zum Intro für den nächsten Film. Und herzlich willkommen zu Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Ein paar kleine Eckdaten. Der Film kam am 3.9. auch 1985 raus, hat eine FSK 12 und läuft 116 Minuten, die Regie führte. Der gute Robert Zemeckis. Ja, kannst du uns was zu den Hauptdarstellern und zu dem Inhalt sagen? Naja, also erstmal die Schauspieler sind natürlich Michael J. Fox, Christopher Lloyd, kennt man ja. Dann Crispin Clover spielt mit als sein Vater, George McFly. Thomas F. Wilson spielt hier den Biff. Also es sind schon ein paar Schauspieler dabei, die man heutzutage noch kennt oder, ja, sagen wir mal, kennt sollte. Naja, im Prinzip, gehen wir mal kurz die Handlung ein. Im Prinzip geht es darum, dass Marty McFly ein Jugendlicher ist natürlich, der als Freund einen älteren Herrn hat, was zu der Zeit vielleicht okay war. Aber heutzutage hört sich das ein bisschen komisch an. Das stimmt. Wenn ein Jugendlicher einen älteren Mann als Freund hat, guckt man heute, naja, vertritt man vielleicht mal die Augen. Aber damals war es vielleicht normal. Jedenfalls ist der Freund von ihm ein Professor, der natürlich Wirre, Erfindungen oder Geräte erfindet und halt auch unter anderem den umgebauten DeLorean, der als Zeitmaschine funktioniert. Es kommt zu einem Vorfall auf einem Parkplatz, da möchte Doc Brown den DeLorean testen und es kommen dann auf einmal die, verdammt, was waren es? Die Lybia. Was waren es denn? Die Lybia. Lybia, genau. Ich habe gerade überlegt, verdammt, aus welchem Land kamen die. Aber es war Lybia, genau. Die kamen, weil er von denen natürlich das benötigte Plutonium geklaut hat und die wollen es natürlich zurück und erschießen, kurzerhand, Doc Brown und Marty McFly. Er flüchtet in die Zeitmaschine und die Zeitmaschine stürzte kurzerhand ins Jahr 1955 zurück. In dieses Jahr, wo auch seine Eltern sich kennengelernt haben. Jetzt ist er aber natürlich dazwischen reingekrätscht, mehr oder weniger. Ich komme immer noch nicht auf den Namen. Wie heißt sie denn? Verdammt. Wie heißt sie denn, die Mutter von ihm? Die Lorraine. Ja, genau. Lorraine. Achso, ich dachte, du meinst die Schauspielerin. Nee, nee. Ich habe ganz Zeit die Lorraine. Genau. Die verliebt sich kurzerhand, Adstand in den Vater, in die Lorraine. Äh, Quatsch, in den Marty. Oh Gott. Heute ist der Wurm drin. Heute ist echt der Wurm drin. Lorraine verliebt sich kurzerhand natürlich in den Marty. So rum. Und das muss natürlich er als Sohn, was sie ja nicht weiß, verhindern. Und dadurch entsteht dann eine wagemütige, in den 50er angelegte Geschichte. Ja. Oh Gott, war das eine Zusammenfassung. Schlimm. Schwer getan. Ja, schwer getan. Ja, was sind deine ersten Erinnerungen an Zurück in die Zukunft? Die Titelmusik. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Nicht nur diese Zeitgeschichte, weil ich als Sci-Fi-Comic-Nerd sowieso so Zeitreisendinger, da bin ich immer sofort dabei. Ich wäre auch gern mal in einem Cast dabei, wo es nur um Zeitreise geht. Weil es gibt ja einen Haufen oder einige Filme, wo es um Zeitreisen geht. Der Film ist eigentlich ein Feel-Gut-Film. Gleichzeitig spielt er mit mehreren Zeitlinien, weil sie reisen natürlich ja zurück. Und dann ändert sich natürlich auch einiges. Beziehungsweise er hat ja auch ein Foto dabei. Und je nachdem, in welche Situation sie sich begeben oder verstricken, ändert sich das Foto. Oder auch mal ein Zeitungsausschnitt und sowas. Und diese Idee fand ich halt echt lustig bei dem Film. Das stimmt. Ist das dein erster Michael J. Fox-Film gewesen? Ja. Ah, genau wie bei mir. Okay. Das war mein allererster Michael J. Fox-Film. Natürlich in dem Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist, habe ich ihn nicht gesehen, weil da war ich drei. Ich meine aber, dass ich den sehr früh gesehen hatte. Ich kann mich schon, also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit neun Jahren meine erste VHS-Kassette geschenkt bekommen habe. Ich glaube, das war Star Wars und ich vor Star Wars den Back to the Future schon gesehen hatte. Also muss ich so, schätze ich, acht gewesen sein. Und das muss irgendwann, ich vermute mal 89, 90, muss ich den das erste Mal gesehen haben. Und da gab es ja aber schon den zweiten Teil, weil der zweite Teil kam ja, glaube ich, 89? Äh. Doch, 89, genau. Kam ja der zweite Teil und der dritte kam 90. Also das habe ich dann alles in dem Schwung, habe ich das dann gesehen gehabt damals. Also ich weiß, dass ich da halt auch meine erste Berührung mit Michael J. Fox hatte und der lief. Ich war im Urlaub mit meinen Großeltern und da gab es dann abends hier im Schwarzwald, gab es dann halt einmal so einen Gruppenaufenthaltsraum und da war auch ein Fernseher und da haben abends dann die ganzen Leute Fernseher geguckt und dann lief er auf ARD, glaube ich. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich Michael J. Fox gesehen hatte und auch das erste Mal zurück in die Zukunft. Und ich weiß heute noch, dass ich wirklich mit offenem Mund vor der Glotze saß und dachte, ach Gott, ist das geil. Ja, vor allem, weil jeder sich diesen DeLorean gewünscht hatte damals auch als Kind. Ich wollte immer diesen DeLorean. Ich fand den irgendwie, fand ich das cool, sich reinzusetzen, dann auf 120 Stundenkilometer zu beschleunigen und irgendwo hinzureißen in irgendeiner Zeit. Ja, das stimmt. Aber wie, du warst im Schwarzwald. Hallo, bei uns Schwobelendle. Ja, Großeltern halt. Da kannst du dir nicht aussuchen, ob du doch lieber in ein anderes Bundesland möchtest. Dann hast du doch irgendwie noch schwäbische Gener. Nein, die Großeltern kommen aus der Palz. Die haben mich eingepackt und dann, weil die haben Bekannte gehabt da oben, die hatten halt so eine Gästepension. Das war kein Hotel. Naja, heute, nee, das war kein Hotel. Das war halt so ein altes Fachwerkhaus, typisch schwarzweltlich hergerichtet. Und da haben sie halt dann die Leute drin beherbergt und unten war ein Restaurant. Na egal, jedenfalls da habe ich es gesehen. Und da war ich schon einfach direkt hin und weg. Und es ist wirklich, als ich auch diesen Rewatch gemacht habe, ich finde diese Anfangsszene mit dem Skateboard, wo er sich da auch ans Auto hängt. Und du nebenher so diese kleinen Informationen, wer gerade Bürgermeister ist, wie das deiner aussieht, wo es Fitnessstudio ist und wo es Kino ist und alles drum und dran. Und was läuft da so mit so ganz kleinen Häppchen versorgt wirst, die sich einfach im Laufe des Films, dadurch, dass er ja halt auch in die Zeit eingreift und es auch unbewusst teilweise verändert, einfach sich die Sachen verändern, wie du schon gesagt hast. Und das sind so kleine, feine Gimmicks, die einfach immer wieder Spaß machen. Trotzdem muss ich mich am meisten drüber kaputt lachen, wenn er seinen Vater das erste Mal sieht, der in Anführungsstrichen Vögel beobachtet und einfach mal mitten an der Hauptstraße auf dem Baum hockt und in irgendwelche fremden Fenster reingafft. Und er dann sagt, nee, mein Alter ist ein Spanner. Richtig, das ist es richtig. Und da beginnt für mich wirklich auch so die Nette, die Besten, aber eine der Szenen, wo ich am meisten halt auch lachen muss, wenn er reinkommt und dann sich mit seinem Onkel unterhält und sagt, gewöhn dich schon mal an die Gitter und das Baby hinter dem Gitterding hockt. Das sind, ja, da ist so viel schöner, wirklicher Wortwitz drin, der einfach Spaß macht. Ja, ja, das ist wahr. Vor allem auch die, wie du schon sagst, diese Räumlichkeiten oder auch Örtlichkeiten, die werden ja im Laufe der Triologie, es ist ja Anfang einer Triologie, verändern die sich ja nur zeitlich. Also richtig erklärt. Also es bleibt trotzdem noch das Café, aber in den 50er heißt es Café so und so, in der 80er heißt es Café, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau den Namen. Und in der Zukunft, wenn es nach 2015 heißt es Café der 80er zum Beispiel. So ändern sich, die Örtlichkeiten ändern sich im Prinzip nur von der Zeit her, aber auch durch Sachen, die er aus Versehen ändert, so wie zum Beispiel jetzt mit dem Vater, der spannt. Weil eigentlich war es ja vorgesehen, dass er dann runterfällt und vom Vater angefahren wird von der Lorraine. Die Lorraine päppelten dann wieder auf, die verlieben sich und heiraten. Dadurch, dass er den aber stört und er fliegt davor das Auto, ist er dann praktisch in dem Haus von der Lorraine und die Lorraine verliebt sich ja in ihn. Und dann gibt es ja schon diese Zeitverschiebung, dass die Realität ja nicht mehr so stimmt, wie es eigentlich war. Und damit spielt der Film halt richtig gut und das mag ich an dem Fall unheimlich. Das stimmt, ja. Der Soundtrack ist halt auch wieder Bombe. Power of Love von Huey Lewis and the News. Und das sind halt auch so Sachen, die auch diese 50er Atmosphäre, die natürlich gespickt ist mit einem. Also ich glaube, mehr Filmfehler gibt es nicht, weil da so viele Sachen sind, die einfach ein paar Jahre später gekommen sind. Aber das macht überhaupt nichts aus und bremst auch nicht die Atmosphäre oder die Spielfreude oder einfach das Vergnügen, das mal wieder zu gucken. Ja, vor allem hat der Film auch viele Memes oder auch kleine Sätze, die heutzutage in der Popkultur noch eigentlich stark präsent sind. Ich sage nur dieser eine Satz, wo er nach dem Schulball sagt, ich glaube, ihr seid noch nicht so weit, aber eure Kinder fahren da voll drauf ab. Das gibt es auf dem Fettes Brot Album, gibt es diesen Sample, den haben sie eingemixt in ein Lied. Die Fanta 4 haben so ein paar Samples auch schon verarbeitet in manchen Liedern von ihnen. Also es ist in dieser Popkultur heutzutage, es sind noch ein paar Sätze und Memes natürlich vertreten von diesem Film. Und dass der so eine immer noch riesen Fanbase hat, finde ich immer wieder erstaunlich. Und weil ich, als sie ja da, 2015 gab es ja sogar, sogar in Deutschland in den Nachrichten haben sie ja gezeigt, wie der DeLorean. Ja, Entschuldigung. Ja, was? Habe ich mich mit dem Datum vertan? Ich wollte, nee, nee, alles gut. Das war, genau. Ich wollte nur, den Schuh haben sie ja dann wirklich produziert. Der hatte ja in dem Film Zurück in die Zukunft 2, also ich greife jetzt mal einen Film vor, hatten sie ja die Nike, hatte er diese Nikes, wo sie sich selbst zubinden, an. Und es spielt ja im Jahr 2015, genau 2015. Und genau 2015 hat dann Nike genau diesen Schuh rausgebracht in einer limitierten Edition. Also er konnte sich nicht selbst zubinden, aber von der Optik her. Ja, nee, ich finde es immer noch Wahnsinn, wenn der Film von 1985, auch als man noch raus durfte und auf Conventions durfte, waren wir mal, also meine Frau und meine Tochter waren zweimal, ich war jetzt das letzte Mal dabei auf der Speira Science Fiction Convention. Und da gab es hinten auch DeLorean und nebendran waren die Ghostbusters. Und da habe ich auch gedacht, das ist, guck mal, wie alt dieser Film ist. Und wir reden jetzt mal nur vom ersten. Ja. Aber, dass das immer noch so einen Anklang hat und dass die Leute da immer noch drauf abfahren. Und sogar, ich habe mit der, also sogar meine Tochter, die kennt den ersten Zurück in die Zukunft und auch die finden den gut. Der gefällt dir, der macht dir Spaß. Naja, ich habe meinen Kids auch schon gezeigt, alle drei natürlich und die fanden den auch mega. Und ich finde, es ist einfach, es ist einfach ein Film für, für alle Zeiten. Ja. So, also ich weiß nicht, wie es in 100 Jahren aussieht, aber so, so, der überlebt die 80er, er hat die 90er gut überlebt, die 2000er überlebt und ich denke, er wird diese Dekade auch noch überleben, weil er ist, wie du schon sagst, so eine riesen Fanbase hat er. Das stimmt, das ist echt Wahnsinn. Und ich, was ich ganz interessant finde, ist, dass die beiden, also Michael J. Fox und auch Christopher Lloyd, ja auch am Anfang gar nicht vorgesehen waren als Doc Brown und Martin McFly. Sondern wir hätten da noch Eric Stoltz als Martin McFly und schon Livko als der gute Doc Brown. Es war ja sogar schon, dass teilweise viele Szenen vom ersten Teil ja schon abgedreht waren von Eric Stoltz. Genau, ja. Oder mit Eric Stoltz. Und sie dann irgendwann während den Drehaufnahmen dann zu Michael J. Fox gewechselt sind. Wobei ich auch gelesen habe, dass es ja wohl einige Szenen, wie du ja schon gesagt hast, die fertig waren, aber anders, auf anderen Seiten, ich meine, das ist alles immer unbestätigt und so. Und dann schreiben sie aber auch mehrfach, dass zum Beispiel die Kleidung, die Michael J. Fox als Martin McFly anhat, für ihn selber erst hergestellt wurde. Und es wäre wohl angeblich so gewesen, dass die Verfolgungsjagd, als er vor den Libyen flieht und dann in der Zeit zurückreist, unbeabsichtigt, angeblich soll das Stoltz gewesen sein. Aber es wurde auch schon mehrfach gesagt, ja Moment, aber die Kleidung, die er anhat, ist die, die eigentlich Michael J. Fox dafür extra angepasst gekriegt hat. Also ist da immer ein großes Fragezeichen. Trotzdem fand ich es sehr interessant. Natürlich. Ich glaube, es lag aber daran, dass der Michael J. Fox in dem Zeitraum, also er wurde wohl angefragt, aber er hatte keine Zeit, weil er gerade noch in der Sitcom-Familienbande irgendwie vertreten war und deswegen terminlich nicht konnte. Die Dreharbeiten aber von Zurück in die Zukunft so lange andauerten, dass er praktisch schon fertig war mit der Sitcom und dann nachträglich doch noch zu dem Film geholt worden ist und dann die Nachträglichs gab. Genau. Irgendwie war da was. Ja, was ich auch gelesen hatte, ist, dass er wohl tags, also tags, die haben die Nachtszenen zuerst gedreht, dann ging er wieder zur Familienbande zurück und die haben es teilweise so gemacht, dass er unter der Woche Familienbande gedreht hat und am Wochenende dann zurück in die Zukunft, bis sie wohl umgestiegen sind dann. Aber, na gut, das ist schon ein ziemlich hohes Arbeitspensum, hey. Ja, und dann gibt es natürlich ein paar Easter Eggs in den Filmen. Oh, da gibt es genug, ja. Da gibt es viele Easter Eggs. Was ich auch lustig fand, ist, dass ursprünglich gar nicht der DeLorean gedacht war, sondern es war eigentlich ursprünglich, also im Drehbuchentwurf war ein Kühlschrank eigentlich gedacht. Und irgendwie, glaube ich, Regisseur Zemeckis und Steven Spielberg hatten dann Angst, dass Kinder in die Kühlschränke klettern und deswegen haben sie es dann umgeändert. Genau. Was wir noch hätten, ist natürlich auch, dass Zemeckis Disney angefragt hatte, ob sie da mitmachen möchten und die gesagt haben, oh nee, ein Junge, der sich in seine Mutter verliebt, das wollen wir nicht. Und das dürfte sie einige graue Haare gekostet haben. Ja gut, wobei er verliebt sich ja nicht in die Mutter, sondern die Mutter verliebt sich in ihren Sohn. Ja, aber trotzdem halt dieser Konflikt, also da, oh Gott, das dürfen wir nicht zeigen. Ich meine, da passiert ja nichts. Das ist ja kein Schweinkram. Ja. Ich möchte noch kurz auf den zweiten Teil eingehen, weil im zweiten Teil wird nicht nur der Weiße Heil Teil 19 geteasert, sondern im zweiten Teil hat auch Elisha Wood einen Kurzauftritt als kleiner Junge. Und zwar an dem Computerspiel Wild Gunman. Echt? Krass, das wusste ich nicht. Doch, doch, das ist so lustig, wenn man das weiß und man sieht die Szene und man erkennt ihn, denkt man, oh krass, war der klein und jung. So ein kleiner Hobbit. Egal. Also ich hätte auch tatsächlich noch was und zwar in der Szene, in der Marty dann bei diesem Battle of the Bands Auftritt da mitmacht und seine Band die Pinheads vorstellt, sitzt in der Jury sogar Huey Lewis, von dem natürlich das Power of Love ist. Und das ist genau der, der sagt, ich fürchte, sie sind eine Spur zu laut. Genau. Das fand ich dann auch noch ganz witzig. Also da habe ich gedacht, ah komm, ich meine, da gibt es so viel, was man da anführen kann, da würden, ich glaube, fünf Stunden nicht lang. Ich sage ja, der Film hat so viele Cameos und Easter Eggs und oh je, also oder auch Running Gags, wo vermehrt oft, ich sage nur hier, der Kackewagen. Ah, eins hätte ich noch, was ich persönlich noch ganz witzig finde, ist die Sache, als die Terroristen, als sie versuchen halt ihr Plutonium wieder zu bekommen, funktioniert die eine Waffe nicht und dann flucht der eine Terrorist. Ich kann es jetzt nicht genau aussprechen, was es heißt, aber ich kann die Übersetzung, er übersetzt, also es wurde natürlich falsch, falsch weitergegeben und zwar bedeutet dann es, na los, lauf schon verflucht. Und als der andere Terrorist den Fahrer auffordert loszufahren, sagt er, das kann ich, das kann ich wiedergeben, Ruru, das bedeutet wörtlich übersetzt, geh los. Und das fand ich dann auch noch ganz spaßig. Ansonsten, ja, was hast du noch irgendwas zu, zurück in die Zukunft? Ja, wie wir schon gesagt haben, es gibt so viele Easter Eggs und Cameos und so, auch hier mit Clint Eastwood, dass er sein Jahr gegeben hat, dass man seinen Namen verwendet, aber es ist natürlich später im dritten Teil erst, aber es sind, eigentlich müsste man alle drei Filme zusammennehmen, weil die verketten sich so ineinander, wobei ich auch den dritten Teil am schwächsten finde von allen, aber wir reden ja hier über den ersten und ja, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, wo man eigentlich hier ansprechen könnte. Ich finde immer noch am schönsten die Schulball-Szene, wo er hier voll abrockt und dann diesen Spruch raussaut, finde ich immer noch am besten. Johnny, die gut. Ja, genau. Und dann noch der eine Musiker, der sich die Hand verletzt hat, dann noch sein Onkel, nee, sein Cousin anruft und sagt, hier, du hast noch nach neuer Musik gesucht, das könnte dir gefallen. Und genau der, wo am Rohr ist, ist nämlich eigentlich der, wo das Lied dann später rausspringt. Das sind so Kleinigkeiten, aber das macht der Film richtig gut. Ah, ein Zettich zum Beispiel, noch weil sie ja ihn anhand der Unterhose dann identifiziert, also die junge Lorraine und sagt, ah, Calvin Klein, dass es Calvin Klein nur bei uns in Deutschland in der Übersetzung geschafft hat. Levis hatten wir zum Beispiel in Italien und in Frankreich war es noch was anderes. Das finde ich dann immer wieder interessant, wenn sie es dann halt gerade so anpassen. Ich dachte, naja gut, Calvin Klein kennt man eigentlich, aber anscheinend, na gut, war noch nicht so superpopulär. Und noch einen Punkt, den muss ich jetzt noch kurz bringen, es tut mir leid, sonst überziehen wir, wir sind ja schon bei 14 Minuten fast, die feige Sau. Ja, feige, ja, ja, ja. Dieser Satz, wo ihn immer triggert, irgendwie dann sich umzuentscheiden, das ist auch so ein richtiger Running Gag, der durch alle drei Teile eigentlich immer, wo man schon denkt bei manchen Szenen, ey, du hast doch im ersten Teil, hast doch schon kapiert, dass es nichts Gutes bringt, wenn du dich darauf reagierst, aber er reagiert immer wieder drauf. Du feige Sau, niemand nennt mich eine feige Sau. Das stimmt allerdings, ja, das ist auch was, das macht immer wieder Spaß. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Verteilung der Plutonienkerne. Plutonienkerne, ich hätte jetzt Fluxkompensator. Dann nehmen halt den Fluxkompensator. Fluxkompensator. Ich meine, man merkt schon an meiner Euphorie an diesem Film, dass dieser Film definitiv fünf von fünf Fluxkompensatoren kriegt, weil es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich gucke den so gern. Jedes Mal, wenn er im Fernsehen kommt, bleibe ich dran kleben. Ich habe ihn hier als Blu-ray, ich habe ihn hier als DVD, ich habe ihn also zweimal vertreten praktisch. Und wenn ich nicht weiß, was ich schauen will und look so mein Regal durch, was könnte ich denn gucken und ich bleibe zurück in die Zukunft hängen, verdammt, ich muss ihn wieder gucken. Also von daher kriegt er von mir fünf von fünf Fluxkompensatoren. Punkt. Aus. Mickey Maus. Gut. Sehe ich ganz genauso. Ich gucke ihn immer wieder gern. Wir gucken ihn zu Silvester, das ist irgendwie so ein Silvester-Film geworden. Und ja, egal wie oft ich ihn schon gesehen habe, mir wird es nie langweilig. Ich stehe nie auf und gehe mir dann irgendwie was zu trinken holen und lasse den Film weiterlaufen, sondern nee, wenn ich aufstehe oder aufs Klo gehe, mache ich Pause. Einfach weil ich denke, nee, du verpasst wieder das Beste. Wenn du rausgehst, verpasst du wieder das Beste. Ansonsten finde ich auch absolut top. Auch trotz der vielen Fehler, aber gerade das macht ihn vielleicht auch sympathisch. Es gibt ja auch diese Logiklöcher in der Zeit. Ja. Achsen und so, aber hey, ich finde, das haben sie bei Avengers Endgame, das ist so schön aufgegriffen. Wie funktioniert Zeitreisen wie in Zurück in die Zukunft? Nein. Zurück in die Zukunft hat ein falsches Zeitbild. Aber er macht Spaß. Genau, genau. Und das soll er auch. Und das, finde ich, ist auch genug dazu gesagt. Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Film. Wieder ein kleines Intro. Vergeistern haben wir keine Angst. Der Sam und ich im Schranke sangst. Spooky wird es jetzt zum Ende. Geister, Psychos und schwitzende Hände. Dann willkommen zum Schlussakkord und der bildet bei uns The Frighteners. The Frighteners aus dem Jahre 96 von Peter Jackson mit einer jetzt FSK 16, vorher 18. Da hätten wir einmal die normale Laufzeit, die geht 110 Minuten. Der Directors Cut geht 123 Minuten. Und ja, um was es geht, darf der liebe Sam wieder erzählen. Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar geht es hier eigentlich um Frank Bannister, natürlich gespielt von Michael J. Fox, der seine Ehefrau bei einem Autounfall verloren hat und bei diesem Autounfall die Gabe erhält, Geister zu sehen und mit denen zu sprechen bzw. zu agieren. Seitdem gibt er sich als Geisterjäger aus, der Geister austreiben will. Natürlich sind das alles krumme Geschäfte, weil er eigentlich nur diese drei Geister in seiner Umgebung sieht. Nämlich den Judge, ein Revolverhelden, dann einen Gestorbenen aus den 70er Jahren und einen Akademiker, den Stuart. Also diese drei Geister, die sieht er halt bis zu einem Vorfall, wo er dann bei einem wieder gefakten Geisterjagdauftritt ist und er bei einem eine Zahl auf der Stirn entdeckt. Kurz darauf stirbt diese Person, diese Zahl, also auf dem er diese Zahl gesehen hat und findet dann bei einer anderen Person die nächst höhere Zahl. Also sprich 13, 14, 15. Die Zahlen gehen halt immer höher. Und daraus ergibt sich dann eine Schnitzeljagd durch die Ortschaft, da immer mehr Leute sterben und immer mehr anscheinend durch einen Sensenmann dahin gerafft werden. So, und das ist im Prinzip die Geschichte. Die entwickelt sich natürlich noch weiter. Soll ich darauf schon eingehen oder wollen wir das so ein bisschen... Nee, dann schieß los, dann schieß los. Mach ruhig weiter. Ja, okay. Also es geht dann halt so weiter, dass dann irgendwann rauskommt, dass eine Dame, die bei ihrer Mutter noch lebt, die anscheinend ein bisschen... Verzähl nicht alles, verzähl nicht alles, verzähl nicht alles. Das ist ein Twist. Ja, also doch nicht erzählen. Du sollst nicht spoilern, falls es doch Leute gibt, die den Film noch nicht sehen. Nee, ich will ja nicht spoilern. Ich will nur sagen, wie es dann weitergeht. Aber gut. Ich will ja nicht sagen, wie es ausgeht. Es kommt nur raus, dass dieser Sensenmann eine Person ist, die im früheren Leben seine Frau getötet hat. So, mehr sage ich jetzt nicht an dieser Stelle. Tada! Tada! Geplant war das Ganze... Du willst mich immer aus dem Konzept bringen, Mensch. Du mich oder ich dich? Nee, du mich diesmal. Ah, geil. Nee, mal geil, geil. Geplant war es ja als Episode von Tales from the Crypt, bis zu Meckes gesagt hat, nee, das ist einfach zu wenig für so eine kleine Episode, zu viel für so eine kleine Episode, da könnte man mehr draus machen. Es ist eine eher untypische Rolle, finde ich, für Michael J. Fox. Ja, richtig. Weil er ja immer gern so das Liebchen von nebenan spielt und in dem Fall ist es, naja, knallhart nett. Ich meine, er kann immer noch keiner fliege, was zu leide tun, wenn man sieht, aber er betrügt die Leute schon. Und wenn es nur darum geht, den Rasen oder den Vorgarten nicht zu bezahlen, den man gerade eben mit dem Auto demoliert hat. Ja, ansonsten, was verbindest du mit Frighteners, als du den zum ersten Mal gesehen hast? Kannst du dich da noch dran erinnern, als du es gedacht hast? Also, wann ich den das erste Mal gesehen habe, kann ich so ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich ihn früher schon mal auf jeden Fall geschaut hatte, dachte erst, das wäre so ein, wegen dem Cover, das wäre so ein richtig übler Horrorfilm. Was sich ja aber eigentlich nicht so, also er hat schon Horrorfilm-Anleihen oder Anlehnungen. Ich finde aber, dass man nach dem Film jetzt keine Angst oder so, wie man es halt bei normalen Horrorfilmen hat, hat man jetzt bei dem nicht, weil er geht gut aus. Und er hat eine gute Message, er verliebt sich ja auch wieder. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand den Film gut, kann man so sagen, in der Hinsicht. Nee, ich habe gemeint, also bei mir war es zum Beispiel so, als ich mit denen ausgeliehen hatte, ich hatte den damals überhaupt nicht auf dem Schirm, ich bin durch Zufall drangekommen. Hab mir den angeguckt und dachte, ja, Michael J. Fox ab 18, hä? Und den reingelegt und dachte, oh cool, die Effekte waren halt damals wirklich schon sehr gut. Er ist, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, ja, in dem Fall wirklich schlechter gealtert. Aber ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, hä, dass der nicht bei uns im Kino lief? Und ich bin mir sicher, zumindest bei uns damals lief der nicht im Kino. Ich würde jetzt auch keinen Körperteil drauf verwetten, aber... Ich wüsste auch nicht, dass der im Kino lief, da hast du schon recht. Weil dann hätte ich nämlich, weil ich habe da überhaupt nichts mitgeguckt und ich war ja schon damals trailersüchtig und so. Ich meine, heute nimmer, aber damals, ja. Und ich war erstaunt. Ich meine, klar, ich kannte Peter Jackson von Punkt, 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 Rasenmäher. Und dachte nur, hey, cool, das ist eine interessante Kombination. Und sie haben was Gutes draus gemacht. Es ist zwar untypisch, aber trotzdem immer noch spaßig. Vor allen Dingen voll mit abgefuckten, skurrilen Charakteren. Ja. Was mir beim Rewatch jetzt die Tage aufgefallen ist, oder vor zwei Wochen, wo ich ihn geguckt hatte, dass Peter Jackson, klar, kennt man jetzt auch durch Herr der Ringe, und diese Geistereffekte mir sehr bekannt vorkamen aus Herr der Ringe, also der dritte Teil, Rückkehr des Königs. Weil ich finde, dass diese Geister, wo er in Rückkehr des Königs vorkommt, doch schon sehr viel Ähnlichkeit haben mit diesen Geistern aus Freitners. Ja. So von der Machart her. Ja, das finde ich auch. Und dadurch, dass es... Das hat man da vielleicht schon vorgeübt für später Herr der Ringe. Ja, und es ist ja der erste nicht unabhängig finanzierte Film von Jackson gewesen. Und die haben ja auch schon damals gezeigt, dass sie mit relativ geringem Budget wirklich was reißen können. Und das haben sie. Welcher Geist, wenn du Geister sehen könntest, sollte dich heimsuchen von denen, die es da gibt? Oh je. Wenn ich dir einen aussuchen darf. Okay, dann am liebsten der Vertrottelte aus den 70ern. Der Vertrottelte. Den fand ich lustig. Ja, nee. Aber sonst gibt's auf dem Friedhof, gab's noch den Sgt. Ach, wie hieß der bei Full Metal Jacket? The Gunnery Sgt. Hartman. Genau. Und der kommt halt in dem Film auch vor und er macht genau die gleiche Darstellung wie halt auch bei Full Metal Jacket. Genau. Das fand ich halt so lustig, weil das ist mir damals, glaube ich, gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt beim Rewatch ist mir das aufgefallen. Ich so, ey, krass, der war ja auch bei Full Metal Jacket mit genau der gleichen Rolle. Nur als Geist. Sehr geil. Genau, das war ja ein Cameo, den er gekriegt hat. Ein Cameo hat ja auch Peter Jackson. Man sieht ihn im Directors Cut ein bisschen länger als Punk. Aber auch in der normalen Fassung läuft, wenn es da an ihm vorbei, an der Straße. Er zeigt mir jetzt dann aber nicht den Mittelfinger. Aber man sieht im Schwenk auf jeden Fall, das ist Jackson. Ja, ja, richtig. Ja, bei mir wäre es tatsächlich, also den witzigsten Geist, finde ich, Ray, von seiner Angeschmachteten, der Ehemann, der Sportfreak. Ah, ja, ja, ja. Der, den er dann das erste Mal, wo er ihn dann sieht, mit in die Seitenstraße nimmt und der Typ nebendran erst mal Kniebeugen macht und sagt, Alter, ich brauche jetzt erst mal Vitamin B. Ja, richtig. Aber der bringt es so geil rüber, dass ich da, darüber kann ich einfach immer noch lachen. Und halt auch so, wenn er, ich muss jetzt wieder in Form kommen und sich irgendwelche Stretchübungen macht und sonst was. Das fand ich so, fand ich witzig und hat bei mir immer noch funktioniert. Was mich dieses Mal beim Rewatch tatsächlich genervt hat. Und den fand ich, als ich vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen habe, nicht so schlimm ist dieser FBI-Fuzzi. Oh ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, der war nervig. Vor allem, weil er ja diese, ich sag mal, Eigenschaft hat, dass er, wenn eine Frau schreit, irgendwie sich in Deckung begibt. Und auch so irgendwie total gestört war, auch seine Wunden, wo er auf dem Körper hat, mit diesen ganzen Kulten, wo er schon überall war und so. Und ja, ich weiß, was meinst du, richtig. Am Anfang finde ich ein okay, aber dann wird es einfach so überzeichnet, dass es bei mir dann nicht mal witzig war, sondern eher nur noch nervig, wo ich gedacht habe, oh Gott, bitte. Wer mir aber zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist Jake Busey als Irrer. Das hat er einfach drauf. Ich meine, sein Vater ist ja Gary Busey und, oder ist es sein Vater, ne? Ja. Und der ist ja auch immer gern the bad guy. Ja. Aber. Richtig. Der hat einfach so einen irren Blick und so ein irres Grinsen. Auch die, auch die, dass er hier den Massenmörder mimt, der macht er, macht er das so gut, ne? Und er vergleicht sich ja immer mit anderen Massenmördern aus der Zeit, mit Bundy und weiß ich. Also, fand ich schon cool gemacht. Ja, der hat. Oder, boah, der gut gespielt hat das, ne? Der hat es einfach drauf. Und wenn man es dann im Unterschied sieht, wo man jetzt sagt, okay, gut, ich meine, der spielt jetzt ja nicht gerade denjenigen, den man lieb geworden hat und ins Herz schließt. Aber dann siehst du, selber bei zum Beispiel Starship Troopers, wo er ja auf der guten Seite sozusagen agiert und halt auch so der Klassenclown und so ist. Und das kann er genauso gut. Ja, da nimmst du, also nimmst du wirklich beides ab. Das dachte ich noch, ah, guck, das kann er. Das kann er wirklich gut. Schade, dass man den so wenig gesehen hat, dass der so knappe Rollen immer hatte. Also zumindest mal in den Filmen, wo ich gesehen habe, da hat er ja meistens... Da stimme ich dir zu. Leider nur eine kleinere Rolle. Ja, so. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass die Geister, die hier Frank natürlich sieht, auch einen Verwesungsgrad haben, je nachdem, wie verwesst sie in den Gräbern sind. Das ist mir auch bei Ray hier, dem Verflossenen oder den Ehegatten von der Frau, wo er ja da zuletzt besucht hatte, ist mir das ganz stark aufgefallen. Weil in dem Moment, wo er stirbt, ist er eigentlich genau so zu sehen, wie die Leiche, wo noch da liegt. Und im Verlauf, im Film siehst du immer mehr, wie die Haut, wie sagt man, so wegfault oder so Stellen aufgehen, wie halt die Leiche wahrscheinlich im Grab. Und das fand ich echt, dass man da so weit mitgedacht hat und nicht einfach die Figur so gelassen hat, sondern dass da wirklich ein Verfall noch beim Geist entsteht. Das fand ich echt cool. Das stimmt. Ja, ich finde auch so, an sich ist alles schön durchdacht und es hat auch so eine, es hat zwar so eine Zemeckis-Krusel-Atmosphäre. Es ist nie, ja, ich finde, es ist ein guter Mix. Es ist teilweise nie wirklich, dass du dich, also doch schon, dass du dich bedroht fühlst, so wie die Kamerafahrten auf die Häuser sind. Und da sieht man halt auch ganz viele Einstellungen, die man von Jackson her schon vorher kennt. Ob es jetzt Bad Taste oder Ding ist hier, Rasenmäher, da wird viel übernommen und damit spielt er auch. Aber trotzdem ist es immer so eine, ja, so ein Comedy-Krusel, der nie wirklich bedrohlich wirkt, also nie wirklich bedrohlich ist. Ich meine, klar, der hat seine, der hat gegen Ende kommen schon so ein paar härtere Sachen, wo man sagt, ja, okay. Aber, ja, es, es, er spielt so auch teilweise am Anfang mit diesem, es ist ein harmloses Gruselfilmchen. Ja, er veranstaltet halt nicht so die großen Blutbilder, wie er vorher immer gemacht hat, sondern das ist echt eher, ja, so grotesker Humor, ein Geister-Setting, aber halt ohne großartiger Blut. Und was für eine Szene fandest du denn am schönsten bei dem Film oder am besten? Was hat die am besten gefallen? Am besten, am besten, am besten, am besten, am besten, ja, es sind immer so kleine Sachen, die mich da bei der Stange halten. Einmal das, wenn er wirklich diesen Vorgarten vom Ray plattmacht, ja, und dann einen Rückwärtsgang reinlegt und noch über die Ding fährt, über die Gattenzwerge und der anderen fast einen Herzinfarkt dabei kriegt. Und, ja, das, und auch diese, diese, diese Konversation, also zwischen, zwischen den Geistern, zwischen dem Richter und so und, aber eine absolute favorisierte Szene, die ich immer wieder, habe ich nicht. Okay, ich muss, ich will da diese Szene in der Irrenanstalt, will ich da ansprechen, oder Nervenheilanstalt, weil dieser, dieser Amoklauf von den zwei, Haupt, ne, Hauptaktakt, zwei, oh, verdammt, die zwei Charaktere, wo die Charaktere, die die Bösen spielen, laufen ja Amok in dieser Heilanstalt und man sieht das in so einer Art Rückblende und die fand ich gut inszeniert, weil man da praktisch auch erfährt, warum die Zahlen auf der Stirn erscheinen, weil die zwei, als noch, oder, als noch mit Körper beglückt waren, in man die, die Zahlen in die Stirn von den Opfern reingeritzt haben, mit einem Katermesser. Und die fand ich halt richtig gut inszeniert, weil eigentlich spielt es nur in der Vergangenheit, diese Rückblende, also klar spielt in der Vergangenheit die Rückblende, aber sie passiert halt durch Vision, die er in dem Moment hat, weil er in der Heilanstalt ist. Das fand ich halt richtig gut inszeniert. Die weiß zum Beispiel diese Szene, wo er am Bett liegt und in dem Moment halt eine Vision hat, aber in der richtigen Zeit läuft die halt mit der Schrotflitte rum und sucht ihn. Und er sieht sie nicht, weil er nur diese Vision gerade sieht. Das war Spannung. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, er macht auch so noch Spaß, aber es ist, also jetzt nicht, dass ich ihn irgendwie schlecht finde, das meine ich nicht, aber es ist jetzt nichts, nichts, ja, so herausragendes, wo ich sage, ah, die und die Szene finde ich jetzt super oder, oder echt, der ganze Film macht Spaß. Er hat zwar, Zeit hat zwar schon gut an ihm genagt, aber ja, auch durch dieses, ein bisschen schwarzer Humor noch drin und ja, also ich habe ihn tatsächlich wieder ganz gern gesehen, also ich habe auch gut gelacht. Ja, da gebe ich dir recht. Hast du noch irgendwas zu Frighteners? Nö, sonst würde ich ja spoilern. Okay, 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 ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Ja, kommen wir erst mal zur Frighteners-Bewertung. Genau. Nehmen wir Geister, oder? Ja, würde ich auch sagen, das liegt nahe. Das liegt nahe. Wie viele Geister gibst du, Frighteners? Also ich muss sagen, der Film hat natürlich wieder Spaß gemacht anzuschauen. Ich finde aber, im Gegensatz zu den anderen zwei Filmen, die wir vorher besprochen haben, ist er doch schon, ja, er ist in die Jahre gekommen, sagen wir es mal so. Die Geister natürlich sind gut gemacht, so tricktechnisch und so. Ich finde aber gerade auch der Sensenmann oder auch diese, wenn er aus den Wänden kommt oder sowas, das wirkt heutzutage ein bisschen cringy, würde ich fast sagen. Von daher würde ich den Film dreieinhalb Geister geben. Ich finde, ja, ich finde doch. Er ist ein bisschen mehr als Durchschnitt, aber so an die anderen zwei kommt er nicht ganz so ran, deswegen ist er bei mir bei dreieinhalb Geistern. Ich habe drei von fünf Geister. Er macht immer noch Spaß. Ja, die Effekte sind halt, klar, jetzt etwas angestaubt. Er hat immer noch so ein paar richtig gute Momente. Er unterhält auch trotz der angestaubten Effekte. Er macht schon noch Spaß. Aber es sind halt ein paar Sachen, die mir da schon eher negativer aufgefallen sind, wie zum Beispiel halt, dass dieser FBI-Typ ist, der mir mehr auf die Nerven ging, als er mich tatsächlich belustigt hat. Und ja, der hat einfach, ja, es fehlt ihm auch noch ein bisschen Biss. Also da hätte man deutlich, deutlich mehr draus machen können. Und halt auch, ja, ich nehme Michael Jeffox die Rolle schon ab, aber ja, man hat ihn dann doch irgendwie zu lieb. Also er hat so einfach diesen Knuffelfaktor. Ja, das ist wahr. Ja, und da nehme ich halt seine Betrügereien teilweise nicht so ganz ab, wo ich denke, ach, komm, hopp. Das ist nicht Michael J. Fox. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen. Man muss aber halt auch sagen, dass Shradeners schon zu der Zeit gedreht worden ist, wo er schon Parkinson hatte. Es war auch seine letzte große Rolle. Also danach war es dann auch wirklich, wirklich vorbei. Und ich finde im Films, es Gesicht, er sieht halt, er sieht müde aus irgendwie. Genau. Er ist nicht mehr der Frische, wie man kennt. Klar werden Menschen älter, aber man merkt in diesem Film dann halt schon diese, ah, kraftlos will ich jetzt nicht sagen, sondern schon so dieses, ja, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Ja, doch, kraftlos könnte man schon. Also du siehst ihn, ja, du siehst ihn wirklich einfach an, dass es ihn sehr anstrengt teilweise. Ja. Weil der Rolle so, ja, natürlich passt es auch zu seinem Charakter, der auch ja müde und abgekämpft ist. Aber es hat so einen bitteren Nachgeschmack noch so, wo ich denke, ah, hm, schade. Was hältst du eigentlich, weil wir jetzt ja eh gerade bei Frighteners sind, was ja sich von den Teen Wolf und Feel Good Filmen ja eher so ein bisschen unterscheidet. Was hältst du eigentlich von seinen ernsteren Rollen, die er in seiner Karriere absolviert hat? Ich meine, er hat ja auch in jungen Jahren nicht gleich angefangen mit diesen Klamauk und lustigen Komödienfilmen, sondern hat ja auch hier, wie sagt man, Antikriegsfilme, Briefe aus Vietnam zum Beispiel, fällt mir das so spontan ein, gemacht. Und da war er durchaus auch ernst, also er ist als ernstzunehmender Schauspieler oder als ernstzunehmende Rollen durchaus auch wahrzunehmen oder zu handeln. Ja, ich muss sagen, ich habe mir, den Verdammten des Krieges zum Beispiel relativ spät angeguckt, weil ich, ja, es hat mich, also die Thematik und so Vietnamkrieg und die Verbrechen, die da stattgefunden haben, ist natürlich interessant und keine Frage, aber ich hatte mich da auch wirklich schwer getan mit dem, ja, das ist Michael J. Fox. Ich habe immer Angst gehabt, dass er, dass er mir irgendwas, dass er mir irgendwas damit kaputt macht. Ob es seine Knuffigkeit ist oder, ja, oder dass ich sage, okay, ich kann jetzt gewisse Rollen ihm nicht abnehmen, deswegen dachte ich, ah, ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und? Weil man verbindet ihn halt automatisch von seiner Optik her schon mit viel gut. Ja, ja. So, und wenn er dann auf einmal in einem Kriegssetting irgendwo mit einem Helm auf dem Kopf und einem Maschinengewehr oder sowas da sitzt und man sieht das Gesicht und denkt, das ist Marty McFly, viel gut. Ja, aber ich finde, er ist schauspielerisch, kann er es trotzdem tragen. Definitiv. So meinte ich das jetzt. Ja, da war ich auch wirklich überrascht, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, nee, auch natürlich ist es halt, ja, es ist Krieg, aber er rennt, es ist ja, na, wie sagt man, was, äh, ne, 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 es ist ja kein Actionfilm. Also, er rennt da nicht mit zwei M16 durch den Wald und tötet massenweise, genau, nee, sondern es hat schon, also sein Charakter hat da schon seinen Platz und das hat er wirklich auch sehr gut gemacht. Das hat mir auch sehr gefallen, das ist ein anstrengender Film mit, na, ja, klar, die haben halt einfach auch damals gewütet, ne, da darf man nicht davon abgehen. Egal, ja, aber so dieses, ja, dieser, dieser krasse Break, weißt, dann hast du eher so die Feelgutsachen und als nächstes, zack, ich meine, er hat ja noch, was war es, Ray of Light, Ray of Light, Ray of Light gemacht, hieß Ray of Light, wo er als Musiker, ich, das sagt mir jetzt gerade an, als Musiker auch ziemlich krank wird, den habe ich, den habe ich mir nie angeguckt, das, da bin ich ausgestiegen. Hm, okay, na gut. Aber, ja, sonst gibt es noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Nö, eigentlich nicht, ich finde es halt schade, dass man ihn halt immer so oft sieht, klar, wegen seiner Krankheit, ist halt so, ne, aber ich meine, so einen vierten Teil, Zurück in die Zukunft, ne, ja, meine ich ja, ne, es ist mit der, mit der Trilogie, ich sage ja, der dritte ist noch so der schwächste von allen, ist es eigentlich auch abgehandelt, weil ja eine lange Zeit war es ja mal im Gespräch, nicht, ob sie es fortführen sollten, dann habe ich gedacht, ja, aber aus welchen Beweggründen denn, weil für mich ist das eigentlich so abgeschlossen, okay, die haben jetzt einen Zug statt ein Auto, aber, hm. Nee, ich. Deswegen, aber ansonsten. Ich glaube auch, die sollten da, die sollten, da sollten wir wirklich die Finger von lassen, also da auch bitte kein Remake oder so, das würde, die Krellenlichte der Großstadt hieß es, genau, da ist es doch, da seufzt er, Drugs and Drinking. Ja, egal, nee, nee, weil das, das, das würde mit anderen Darstellern nicht funktionieren. Ja, wobei meine Befürchtung, da liegt, dass es früher oder später ein Remake geben wird. Mhm, ja, das. Schau dir, schau dir, schau dir Power Rangers an, zum Beispiel, das war so, so eine Serie damals, wo sie dann ein paar Mal verfilmt hatten und dann ist das in den Sand verlaufen und zack, auf einmal kam ein Remake raus, aus irgendeinem Beweggrund, wo ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann oder vielleicht nicht in der Materie dran sitzt, warum sie das gemacht haben, aber früher oder später wird es von Zurück in die Zukunft auch ein Remake geben, da bin ich mir schon fast sicher. Ja, aber ob der dann genauso gut funktioniert wie der Alte, das weiß ich. Glaube ich nicht, weil, also das kann man nicht vorstellen, das ist genauso wie, finde ich, Indiana Jones, Terminator, also der T-800, dass diese Schauspieler haben diese Figur geprägt, diese Schauspieler, genauso wie auch wie Rambo, wenn ich jetzt höre, dass er angeblich nach Last Blood jetzt wirklich Schluss sein soll und dann eher in Richtung, in Richtung Prequel geht, was er in Vietnam abzieht, was er ja wohl angeblich, ich weiß nicht, ob das so, wie weit die da sind, ob das so auch so stimmt, dass sie da halt die jungen Jahre von Rambo auf Netflix als Serie raushauen wollen, finde ich eine ganz gute Idee, aber dann macht bitte ein computergeneriertes Gesicht, weil Rambo ist sly, es ist einfach so, also in meinen Augen. Und da funktioniert auch nichts anderes, wenn sie sagen, ach Gott, das ist genauso wie mit den ganzen Remakes, es gibt natürlich auch gute, das sind dann auch tatsächlich wirklich Ausnahmen, aber man verbindet einfach gewisse Charaktere, Schauspieler mit denen. Ja, da stimme ich dir vorhin ganz zu, das ist ja genauso wie in diesem Star Wars Setting, für mich war Luke Skywalker immer der Held, also der auserwählte, der, wo das Gleichgewicht wiederbringt und in Episode 7, 8, 9 hände sie meinen Held praktisch zerstört. Und deswegen liebe ich die letzten drei Teile auch nicht, weil für mich ist Luke Skywalker immer noch, aber das ist ein anderes Thema, wir schweifen schon wieder aus, das können wir ja mal vielleicht in Mark Hamill Special oder sowas machen, wobei, da gibt es ja nicht viel, da wären es ja nur die drei Star Wars Filme. Ja, vielleicht finden wir auch noch andere Filme von denen, mal gucken. Aber ich würde sagen, wir beenden das für heute, dass uns die Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuschauer, ich sag immer Zuschauer, dass die Zuhörer. Wir können auch nächstes mal ein Video machen, wir müssen. Da muss ich mich aber anziehen, ich bin immer nackt bei Casts. Ne, Quatsch. Das schneiden wir raus. Okay, dann beenden wir das hier, bevor es Ausmaßen annimmt. Machst du Schluss? Dann mache ich Schluss, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Geduld und hoffe, es hat euch trotz Holper-Stolper-Fallen trotzdem gefallen. Möchtest du noch was zum Abschluss hinzufügen? Nein, ich hätte jetzt nur noch Tschüss gesagt. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was wir heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. An jeden, von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Show Notes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.